Hallo liebe YouTube-Gemeinde, hallo auch liebe Odyssee-Gemeinde, hier wieder eine kurze Wortmeldung zum Mittwoch. Ja, das Thema der Stunde, die Midterm-Wahlen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und bevor YouTube die Community-Richtlinien aktualisiert, wollen wir an dieser Stelle vorsorglich schon einmal betonen, dass in den Vereinigten Staaten selbstverständlich alles mit rechten Dingen zugegangen ist und diese Wahlen mit Sicherheit die sichersten und demokratischsten Wahlen seit Menschengedenken gewesen sind. Nun, auch einzelne Meldungen, die beispielsweise bei Telegram die Runde gemacht haben, ändern daran nichts. Auch nicht die Meldungen, die beispielsweise im Mainstream die Runde gemacht haben. Ich möchte hier mal einige Beiträge zitieren, hier unter anderem den Newsticker-Verlauf bei NTV. Um 18.29 Uhr bereits gestern wurde berichtet, mehrere Bundesstaaten melden technische Probleme. Technische Probleme sind technische Probleme und weisen eindeutig nicht darauf hin, dass es zu irgendeiner beabsichtigten Manipulation der Ergebnisse gekommen sein könnte. Ich zitiere weiter, in mehreren Bundesstaaten gibt es technische Probleme. Berichte darüber gibt es sowohl aus Arizona, New Jersey und Texas. In Maricopa County im Bundesstaat Arizona sind die Wahltabelliermaschinen in einem von fünf Fällen beispielsweise nicht in der Lage, die Stimmzettel zu lesen, sagte der Vorsitzende des County Board of Supervisors Bill Gates. Bill Gates, nicht der Bill Gates, sondern ein anderer, wie NBC berichtete. Die Stimmabgabe ist jedoch nicht unmöglich. Die Wähler haben die Möglichkeit, ihre Stimmzettel entweder in eine sichere Box zu werfen, die später am Tag ausgezählt wird, oder ein anderes Wahllokal aufzusuchen. Es gebe keine Anzeichen für Versuche, die Wahlen auf elektronischem Wege anzugreifen oder zu beeinflussen, heißt es von der US-Regierung. Das möchte ich betonen, da stimmen wir selbstverständlich zu. Also das ist ein Fehler, sowas passiert, ja. Kein Mensch ist unfehlbar. Um 20.48 Uhr berichtet NTV dann ebenfalls im News-Sticker gestern, Trump spricht von Unregelmäßigkeiten und ruft zu Protesten auf. Ja, was soll er auch anders machen? Die rote Welle, so wie er sie sich erhofft hatte, ist leider ausgeblieben, zumindest in dem Maße, in dem er es sich vorgestellt hat. Ich zitiere, der ehemalige US-Präsident Donald Trump schimpft am Tag der Midterms über angebliche Unregelmäßigkeiten bei der Stimmabgabe und ruft zu Protesten auf. In Detroit sei Wählern im Wahllokal gesagt worden, sie hätten schon abgestimmt. Dies geschieht in großer Zahl auch andernorts. Protestieren, 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 so wird der Präsident zitiert, ohne Belege für seine Behauptungen vorzulegen. Auch würden, Achtung, jetzt kommt's, auch würden elektronische Wahlgeräte in konservativen Bezirken des umkämpften Bundesstaates Arizona angeblich nicht funktionieren. Wie gesagt, ich zitiere hier aus dem News-Sticker von NTV. Um 23.17 Uhr, ebenfalls bei MTV, Lösung für defekte Wahlautomaten in Arizona gefunden. Im Bezirk Maricopa County sind womöglich bald wieder alle Wahlautomaten einsatzbereit. Laut der zuständigen Wahlbehörde wurde eine Lösung für die defekten Maschinen gefunden. Wir haben vergessen, angeblich zu erwähnen. Techniker haben die Druckereinstellung geändert, heißt es in einer Stellungnahme. Das scheint das Problem behoben zu haben. In 17 Wahllokalen sind die Wahlmaschinen demnach bereits wieder einsatzbereit. Aus insgesamt 60 Wahllokalen wurden Probleme gemeldet. Ja, Probleme, Sie wissen, Probleme tauchen überall auf. Also, das spricht aber noch lange nicht dafür, dass hier jemand irgendwie in irgendeiner Art und Weise ganz undemokratisch auf das Wahlergebnis Einfluss nehmen wollte. Nun, wie gesagt, die rote Welle, so wie sie sich die einen erhofft und die anderen befürchtet haben, ist ausgeblieben. Zumindest hier in Deutschland zeigt man sich doch weitestgehend erleichtert. Man ist sich selbstverständlich bewusst darüber, dass die Zustände in den Vereinigten Staaten auch Einfluss auf die Zustände hier in Deutschland haben werden. Und demzufolge ist man erleichtert, dass Donald Trump nicht so obsiegen konnte, wie, wie gesagt, es von einigen befürchtet worden ist. Tja, ich möchte Ihnen nichtsdestotrotz eine Nachwahlbefragung von CNN präsentieren, die gestern kurz nach Abschluss der, kurz nach Schließung der Wahllokale veröffentlicht worden ist. Nur nochmal, um zu untermauern, dass hier wirklich alles, aber auch wirklich alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Und zwar hat diese Nachwahlbefragung ergeben, beziehungsweise erfragt, wie denn die Gefühle der Befragten sind bezüglich der, ja, der Dinge, wie sie in den Vereinigten Staaten laufen. Nun sind 5%, sagenhafte 5% sehr glücklich mit den Zuständen, mit dem, ja, mit den Dingen, wie sie in den Vereinigten Staaten laufen. 20% sind sehr, also sind zufrieden. 39% sind unzufrieden und ganze 34% sind regelrecht wütend. Ja, das sind diese üblichen Querulanten, denen man es, ja, wie gesagt, nie so wirklich recht machen kann. Bei Twitter kursierte lustigerweise auch der Begriff Cheating zu Deutsch Betrug. Also der trendete mit 103.000 Tweets bereits gestern Nacht. Da sieht man mal, was dieser Elon Musk, dieser Elon Musk, Entschuldigung, so alles anrichtet. Der hat ja erst neulich, ich glaube, die Hälfte der Belegschaft gekümmert, die sich darum gekümmert hätte, solche, ja, verschwörungsideologischen Tweets zu unterbinden, beziehungsweise zu löschen. Nun vielleicht noch ein kurzer Blick auf den aktuellen Stand der Dinge. Also, wie gesagt, die große rote Welle ist halt ausgeblieben. Nichtsdestotrotz verzeichnen die Republikaner Gewinne. Ja, das kann man so sagen. Also das Repräsentantenhaus, das scheint wohl in die Hände, also mehrheitlich in die Hände der Republikaner zu fallen. Zumindest ist das momentan der Stand der Dinge von, ja, es wurden noch nicht alle Stimmen ausgezählt. nach jetzigem Stand der Dinge ist es so, dass die Republikaner 198 Sitze besetzen werden, die Demokraten derweil 178 und eine Mehrheit wäre mit 218 erreicht. Also, 59 Stimmen sind noch offen. Also, es spricht momentan nach jetzigem Stand der Dinge einiges dafür, dass die Republikaner tatsächlich die Mehrheit im Repräsentantenhaus übernehmen werden. Wenn da nicht noch ein Wunder geschieht, ne, wir wissen ja, man sollte dem Glauben an Wunder nie, nie unterlassen. Nun, ganz anders sieht es natürlich aus bei den Senatswahlen. So, da hatte man sich auch seitens der Republikaner doch mehr erhofft, als dann doch final erreicht worden ist. Also, man hatte sich tatsächlich erhofft, durch eine rote Welle dann auch die Mehrheit im Senat zu erhalten. Diese rote Welle bei den Senatswahlen ist jedoch doch weitestgehend ausgeblieben. Ganz im Gegenteil, die Republikaner haben sogar ihren Sitz im Senat in Pennsylvania verloren. Dort hat der demokratische Kandidat Vetterman mit 50% der Stimmen gewonnen und Pennsylvania ist lustigerweise der Staat, in dem, ich hatte es glaube ich vor ein oder zwei Wochen berichtet, 250.000 Briefwahlunterlagen an nicht registrierte Wähler verschickt worden sind. Das hat aber selbstverständlich nichts damit zu tun, dass es dort nicht auch hundertprozentig mit rechten Dingen zugegangen ist. Nun, momentan sind noch offen die Senatsitze in Wisconsin, Nevada, Arizona und Georgia. Jetzt sieht es allerdings so aus, dass wahrscheinlich in Wisconsin und Nevada die Republikaner den Sitz bekommen werden. also in Nevada wird es dann wie gesagt so einen, werden die Republikaner dann den Sitz der Demokraten übernehmen. Genauso in Wisconsin. Andererseits wird es wohl in Arizona, Sie wissen, der Bundesstaat, in dem es wohl diverse Probleme mit den naja Wahlmaschinen gegeben hat. In Arizona sieht es jedoch so aus, dass wohl vermutlich die Demokraten den Sitz dort erlangen werden. so offen bleibt dann halt noch Georgia und in Georgia da haben wir eine Besonderheit dort haben wir gerade tatsächlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem republikanischen und dem demokratischen Senatskandidaten allerdings mischt dort auch noch eine dritte Partei mit und zwar die Libertarian Party und ja die hat immerhin zwei Prozent der Stimmen für sich vereinnahmen können und in Georgia ist die Besonderheit dass dort tatsächlich die absolute Mehrheit der Stimmen erlangt werden müsste und davon sind beide Kandidaten momentan ein klein wenig entfernt also ich meine der demokratische Kandidat führt mit 49,2 Prozent ihm fehlen also noch 0,8 Prozent für die absolute Mehrheit und er ist wie gesagt dicht gefolgt von dem republikanischen Kandidaten der kann immerhin 48,7 Prozent der Stimmen hinter sich vereinen und in Georgia wird es deshalb wohl im Anschluss an diese Midterm Wahlen zu einer Stichwahl um den Senatssitz kommen ja und diese Stichwahl wird dann wohl auch darüber entscheiden wer dann im Senat die absolute Mehrheit haben wird ob die Demokraten ob die Republikaner dann die Mehrheit mit 51 Sitzen stellen werden wird sich dann herausstellen also wie gesagt es bleibt nach wie vor spannend aber nichts desto trotz ich möchte es an dieser Stelle auch noch mal betonen es ist bei dieser Wahl selbstverständlich alles mit rechten Dingen zugegangen und ja so funktioniert Demokratie und Demokratie ist das beste System das wir uns Menschen ausdenken können um uns ja regieren zu lassen ja so viel erstmal bis hierhin es bleibt wie gesagt weiter spannend es ist jetzt kurz vor 12 um 2 Uhr wird dieses Video veröffentlicht und ja wer weiß ob es dann noch aktuell ist ansonsten wie gesagt vielleicht wissen wir morgen ja schon ein bisschen mehr sie wissen wir bringen ein Heft heraus eigentümlich frei bestellen sie sich dieses Heft gerne als Einzellexemplar im Schnupper oder direkt im Jahresabonnement und ich will der größte Schlagerstar dieses Universums werden und aller Zeiten darum bitte ich sie an dieser Stelle klicken sie auf dieses Video hier ich liebe CO2 und auf dieses hier steuern sind raub und teilen sie diese Videos mit aller Welt dafür danke ich ihnen vorab alles Gute bis morgen und tschüss